Schönen guten Morgen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und bedanke mich recht herzlich über viele neue Abonnenten in den letzten acht Wochen. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, kann aber manchmal nicht sehen, wer das ist. Also sage ich auf diesem Wege Dankeschön und bleibt gesund, habt Zuversicht in diesen besonderen Zeiten und eine schöne Adventszeit. Liebe Grüße, wie Doris. Tschüss.